So, 11.49 Uhr, jetzt müssen wir dann gleich die Westbahn um die Kurve kommen. Wenn wir Pech haben, hast du den Fahrplan auswendig gelernt, oder was? Das ist leer, aber wenn sie vorher 19 und ich fahre die 30 Minuten. Ich habe immer noch kein Fahrziel dran. Wahrscheinlich BMW, siehst du auf dem Abschnitt Landshut, Dingolfing. Immer sehr häufig. Das hat jetzt einmal sein müssen. Was ich schon hier stehen, ist ein bisschen ungünstig. Das ist auch nicht so für den Führer. Ja. 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 Ja.